Hallo Zuschauer und Fans von Slime HD, wir sind hier wieder bei Trouble in Mineville. Ich nehm wieder auf mit Kali Nomia aka Bennett und Dolan 1. Yo, hallo. Ja, wir sind hier gerade auf dem Server mit Luke Base und Gomme HD, das ist richtig nice. Guck, da ist Gomme, da springt Gomme rum und Luke Base ist da hinten. Das war gerade richtig Zufall, Kali hat's bemerkt. So, ich stelle jetzt auch meinen Aufhören. Okay, jetzt nehm ich auch auf. Okay. Also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in Mineville. Wieder mit den üblichen Verdächtigen, wollte ich schon sagen, was wir jetzt klauen. Ähm, Simon? Hallo. Aber geil. Dolan ist nicht auf dem Server, aber er ist Gastkommentator. Doch, er ist auf dem Server. Doch, er ist auf dem Server. Wir haben sogar geschafft. Achso, fail. Und, äh, ich wollte unbedingt aufnehmen, weil da Luke Base ist. Da, äh, wo ist er hin? Luke Base, yeah, wir lieben dich. Da, Luke Base. Und Gomme HD ist auch hier. Gomme HD, ne, wo ist er hin? Da, da, da. Ich mach grad die Lichtung spawnen an. Oh, der Regen nervt. Der Junge. Ja, gell. Gott, ich hab hier grad sechs. Und wir hatten richtig Glück. Und, ja. Das freut uns richtig, weil Luke Base hat jetzt auch einen Hunger Games Server. Auch cool. Und mit Gomme, äh, mit Zivonica HD. Die machen das zu zweit. Ja. Und wir wollten wir einfach aufnehmen. Da ist er wieder. Und es geht auch los. Ja, ähm, hier müssen wir das präziv erklären. Jo. Jetzt, äh, jetzt greifen wir uns echt nicht an, Siva, das tut mir, aber... Ja, 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 du greifst mich eh wieder an. Nein, jetzt nicht. Jetzt ist Aufnahme. Jetzt ist es behindert. Ja, dann, wenn du mich aufnimmst, dann bist du tot. Ey, wenn du mich tot bist, bist du tot. Hier, nimm ne Kiste, Dollen. Lord, ich hab jetzt schon richtig nice Kisten. 32 Arrows. Ja, und dann kriegst du auch gleich einen Bogen dazu. Kriegst du auch gleich einen Bogen dazu. Oh, Scheiße. Hm? Nein, 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 meine Kiste nicht. Ich hab ein Holzschwert. Meine Kiste nicht. Nein! Lass den mal in Ruhe, er ist nett. Ich hab ein Holzschwert. Und einen Bogen mit Pfeilen. Hey, ich will ihm sein Holzschwert geben. Oh. Okay, 16 Sekunden. Ich glaub, ich vercamp mich. Ich hab Angst. Ich auch nicht. Die Regeln sind in der ersten Folge erklärt, wer gerade noch... Ja, hier ist irgendwo noch eingeblendet von... Und sie war die... Und er von uns dann... Oh Gott, ich muss abhauen. Hey, ich bin Traitor. Glückwunscher auch. Ja, mein Kali, wo bist du? Oh, Sieg, wo wer Traitor? Oh, Gott. Oh Gott, wir greifen. Kali, wo bist du? Oh Gott, wir können... Oh, hinten. Wo hinten? Lass uns die Mitte, lass uns die Mitte treffen. Junge, wie merke ich's? Steht am Anfang im Chat. Wo bist du? Alter, Luke, Luke, ich bin Traitor, Mann. Ey, du Sack. Hat er dich getötet? Nein. Zum Glück. Ich bin inno-kent. Ich bin inno-kent. Okay, dann bist du unschuldig. Aber wir töten dich nicht, okay? Ich hab von einem angegriffen, lol. Der macht Random Kill. Der macht Random Kill, gegen den ich grad gekämpft hab. Bist du tot? Nein, nein, ich bin weggerannt, lieber. Weil der hat ein Steinschwert. Wo bist du, Kali? Die Aufnahme, ganz ehrlich, die Aufnahme ist mir zu wertvoll. Finde euch nicht, ich bin hier grad Spectator, aber finde euch nicht. Bist du tot? Du kannst Link, ja, Luke hat ihn gekillt. Oh, er hat getötet, oh. Mit dem Steinschwert. Wie Assi. Okay, ich bin tot, leider. Finde gar Kali, ich guck dir zu. Alter, das war so Noob-like. Guck mal, die machen immer Random Kill. Echt? Luca ist tot. Na, egal. Hoffentlich sieht er die Aufnahme. Wär cool. Ja, mach mal als Tag rein und so. Ja, ich war ein Traitor. Egal, aber ich wurde von einem Steinschwert geschwommen. Hinter dir, Bennett. Hinter dir, Bennett. Der ist lieb. Ja, das lieb. Aber der vorne. Der hat mich getötet. Recht mich. Der mit dir ist ein Schwert. Ja, beide. Komm, sowas hasse ich, wenn immer diese Random Killer kommen. Das reg' ich richtig auf. Hier, Bennett, Bennett, die Bennett. Oh, so. Hier, nach links. Oh, fuck, ich hab' geschlagen. Kali, Kali, hier. Komm, hier hoch. Nee, rechts, da ne Kiste. Er sieht dich nicht. Ja, egal. Ich rechts, jetzt links, komm' wieder zurück, da, wo du hergekommen bist. Komm, Kali. Ich hab' Angst, da ist, äh, mit dem Eisenschwert. Ja, der macht Random Kill. Der macht Random Kill. Ich hab' euch auch gerade ab. Achtung, ich will mich umbringen. Er schießt mir einen Bogen auf dich. Ja, ist ein Traitor. Nein, ist er kein, er ist kein Traitor. Er macht nur Random Kill. Da ist eine Kiste gewesen. Ja, ein Eisenschwert. Ja, ich geh, ich lebe hier zum Tester. Wie viel Traitors leben noch? Guck, die machen alle Random Kill. Die bringen sich gegenseitig um, wie Nooblike, ist das denn? Nee, ist wirklich so das. Nein, das ist ein Traitor, wenn es ist. Was denn? Danke. Ihr müsst doch gegen einen, wir müssen doch gegen einen, wir müssen doch gegen einen Innozentrötchen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Das ist lieber, als ein Traitor von ihm. Hä, warum sehe ich mein, naja. Alter, ist die Aufnahme jetzt geil, ey. Naja, für mich nicht, ey. So ein Scheiß, der ist einmal Traitor und wird umgebracht. Der mit dem Eisenschwert liegt, glaube ich, noch, ey. Ja, der macht einfach Random Kill, der bringt jeden um. Der hat gerade wieder einen Kameraden von sich umgebracht. Der bringt wirklich jeden um. Nein, nein, nein. Ich sehe ihn. Im Traitor, nee, nicht im Traitor. Oder doch, im Traitor. Töte ihn im Traitor. Hol dir einen, bei... Jetzt töte ihn. Fuck. Oh, oh, oh. Er kämpft, jetzt hol du, hol ihn dir. Hol ihn dir, Carly. Oh, das leckt übel. Schnell, komm rein, töte ihn doch. Ich hab auch nicht mehr so viel Leben. Egal, der hat voll wenig Leben. Der andere hat ihn doch angegriffen, kill ihn. Bin ich jetzt allein mit ihm? Ja, der andere hat ihm voll viel Leben gezogen. Du musst einfach nur angreifen. Er leckt übel, oder ich lecker? Oh, ja. Nice. Okay, das war eine schöne Aufnahme. Ihr Traders haben gewonnen, aber so ein scheiß Random Kill hat mich umgebracht. Bis hier, wenn es wieder heißt, let's play trouble in my life. Tschüss. Tschüss.